Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Vollmari Hobbygarten. Insekten, die uns bei der Gartenarbeit unterstützen, sind eine tolle Sache. Kleine Helfer wie der Marienkäfer fressen Schädlinge und die Biene sorgt für die Bestäubung unserer Pflanzen. Leider hat die Biene momentan einen sehr schweren Stand, seit das weltweite Bienensterben um sich greift. Bei der ganzen wichtigen Arbeit, die Biene für uns verrichtet, sollte man auch ihr mal etwas Gutes tun. Achtet beim Pflanzenkauf einfach darauf, bienenfreundliche Blumen und Kräuter auszuwählen. Bienenfreundliche Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Nektar und ihre Pollen bei unseren kleinen Freunden besonders beliebt sind. Nicht nur die Honigbiene freut sich über eine gut gefüllte Nektarbar, auch Wildbienen und Hummeln werden vom süßen Duft angezogen und helfen bei der Bestäubung. Wespen interessieren sich übrigens nicht für die Pflanzen. Ihr müsst also keine Angst vor ungebetenen Gästen haben. Zu den vielen bienenfreundlichen Pflanzen im Volmari-Sortiment gehören zum Beispiel das Wandelröschen Esperanta, die Schleifenblume Masterpiece, der Balkonsaal bei Farina und das Strauchbasilikum Magic Blue. Die Vielfalt der Pflanzen und die Dauer der Blühzeit sind wichtige Aspekte in einem bienenfreundlichen Garten. Achtet darauf, dass ihr möglichst viele unterschiedliche Pflanzen auswählt und sich ihre Blühzeit gut über das Jahr verteilt. So ist das Buffet jederzeit ausreichend befüllt und die Bienenparty in deinem Garten oder auf deinem Balkon kann losgehen. Mehr Infos findest du auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.